Hallo, heute wollte ich eigentlich nur Topfloppen häkeln, aber wer kennt das von euch nicht, man steht vor einem wunderschönen Wollregal und da wird es dann meistens mehr Wolle als geplant. Somit habe ich ja wirklich schon einen leichten Sommerpullover gestrickt. Ja, aber wir starten heute wirklich mit den Topfloppen und das Nette an der Arbeit heute ist, dass wir spiralenförmig häkeln und zweifärbig. Manchmal ist ja die Gefahr, dass man den Reihenwechsel oder den Farbwechsel beim Rundhäkeln erkennt, aber mit dieser ganz einfachen, aber sehr, sehr lustigen Technik verschmilzen wirklich die Farben innereinander. Ist ja wirklich ein Projekt für Handarbeitseinsteiger, aber auch optimal für Schulen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen einfach eine strapazierfähige Baumwolle, die bis zu 60 Grad waschbar ist, zwei bis drei verschiedene Farben davon, eine Häkelnadel für einen Halb, eine Schere und eine Stufe Nadel zum Vernähen. Im Anschluss habe ich euch natürlich wieder die Farbvorschläge aufbereitet und heute gibt es, wenn ihr zehn Knäudeln nehmt, das elfte gratis dazu. Gut, dann schaut's ja mit euch, mein Wollregal. Dieses Prinzip des Spiralenhäkeln können Sie sich natürlich nicht nur auf Topflocken umsetzen. Man kann super tolle Sets, Tischdecke machen, aber auch Teppich oder ihr würdet dann Polster füllen oder Körbe damit. Gut, also wir starten mit zwei verschiedenen Farben und starten klassisch mit dem Fadenring. Ihr legt wirklich die Wolle in einen Fadenring und dann macht ihr eine Luftmasche zum Befestigen. Wir arbeiten in feste Maschen und ihr macht acht feste Maschen in den Fadenring. Ich mache jetzt wieder nur vier, damit das dann für euch einfacher ist. Der Vorteil vom Fadenring ist, dass ihr den flexibel an die Größe anpassen könnt. Und dann wirklich die erste Reihe schließen wir noch mit einer Kettenmasche zusammen. Dann machen wir zwei feste Maschen in die Vorreihe hinein, wirklich in ein Maschenglied. Und ihr lasst den Faden hängen und zieht die Schleife lang. Jetzt greifen wir zur zweiten Farbe und starten. Wie gesagt, wir häkeln alles in feste Maschen und in der ersten Reihe verdoppelt ihr einfach. Das heißt, in ein Maschenglied zwei feste Maschen. Das kennt ihr ja eh schon von den Kerberl und von den Sets, die wir gemeinsam gehäkelt haben. Und das macht ihr so weit, bis die große Masche von der anderen Farbe kommt. Also einfach verdoppeln. Und dann wieder die Masche langziehen. Jetzt seid ihr wieder bei der ersten Reihe angelangt. Zieht die Masche wieder klein. Und ihr häkelt es jetzt wirklich ganz normal weiter. Einfach das Ende schon festziehen. Und jetzt machen wir das so, dass wir jede zweite Masche verdoppeln. Eins und die zweite Masche verdoppeln. Ihr seht, das wird jetzt schon wirklich eine kleine Spirale. Wieder eine und die zweite verdoppeln. Wieder eine Masche und die zweite verdoppeln. Das machen wir wieder wirklich so lange, bis wieder die langgezogene Masche kommt. Und dann wieder Masche langziehen. Und wieder mit der Kontrastfarbe arbeiten. Jetzt haben wir jede zweite verdoppelt. Und jetzt verdoppeln wir jede dritte. Wieder verdoppelt. Und so macht sie das Reihe für Reihe weiter. Das heißt, einzeln, einzeln, doppelt. Wieder einzelne Masche, einzelne Masche und verdoppeln. Ich glaube, ihr könnt es jetzt schon wirklich ganz schön, diese Spirale sehen. Also wir arbeiten wirklich von innen nach außen. Und so geht es jetzt Reihe für Reihe weiter. Wir haben jetzt jede zweite, jede dritte verdoppelt, jede vierte. Und das macht ihr einfach so weit oder so groß ihr euer Teil haben wollt. Genau. Und für die Einfassung habe ich das ganz einfach gemacht. Ich habe dann einfach in einer Kontrastfarbe fünf Stäbchen in eine Masche gehängt, eine Masche auslassen, wieder eine feste, eine Masche auslassen und wieder ein Stäbchen, wieder fünf Stäbchen hineingehängt. Nur zur Erklärung, wie das funktioniert. Ihr seid dann in der letzten Reihe und macht es dann. Stäbchen heißt immer Umschlag. Fünf Stäbchen in eine Masche. Eine Masche auslassen, eine feste Masche, wieder eine Masche auslassen und wieder fünf Stäbchen in eine Masche hängen. Ja, und zum Schluss einfach einen Aufhänger. Das habe ich dann zwischen dem ersten und letzten Stäbchenbündel gemacht. Zehn Luftmaschen, dass man wirklich unseren Topfloppen auch aufhängen kann. Ja, alle Fäden gut vernähen und fertig war das. Also ich freue mich schon, wenn ich das in meiner eigenen Küche verwenden kann. Aber das ist natürlich wieder eine super tolle Geschenksidee. Und gerade nach dem Herbst bringen wir jetzt wieder ein bisschen Farbe in die Küche. Ja, für mich ist es natürlich aber auch wichtig, dass man die Kinder zur Handarbeit bringt. Und wie gesagt, egal ob sie mit Häkeln oder Strinken was machen, gibt es da auch für die Anfänger einfach so Banteln, Bernenbanteln, Armküterl, wo dann wirklich die Kinder auch schon ein bisschen Grundwissen zur Handarbeit bekommen. Einfach auch wichtig für die Fingerfertigkeit und auch manchmal ein kleines Geduldsspiel. Ja, es steht aus meinem Vordertier. Wir haben sehr nette Servietten, natürlich Kuscheltiere für die Kinder. Schaut vorbei, ich freue mich auf euren Besuch. Und natürlich im Anschluss, seht ihr die Farbpakete und ich freue mich auf euch. Viel Spaß beim Handarbeiten. Bis zum nächsten Mal.